Das sind Peter und Lisa. Lisa ist 26 Jahre alt und arbeitet beim Rundfunk und Peter ist 28 und ist Unternehmensberater. Sie sind frisch verheiratet und kürzlich in die erste gemeinsame Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus gezogen. Die beiden sind sehr stolz auf das was sie erreicht haben und genießen das neue Lebensgefühl. Sie sind im siebten Himmel. Jedoch nur für kurze Zeit, denn plötzlich tauchen unerwartete Probleme auf. Es gibt Streit mit den Nachbarn, der Aufzug geht kaputt, es muss schleunigst ein Handwerker gefunden werden, die Rückladen reichen nicht aus und es herrscht eine Kostendebatte im Haus. Binnen kürzester Zeit schlägt Lisas und Peters Gefühlslage vom Glück in Stress um. Die Wohnung nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Kostbare Stunden, die dem verliebten Ehepaar fehlen. Der Wohntraum wird zum Albtraum. Die beiden fühlen sich hilflos. Sie kommen zu dem Entschluss, es muss ein Hausverwalter her. Doch wie den richtigen finden? Allein in Deutschland gibt es ungefähr 15.000 Anbieter. Doch dann wendet sich das Blatt. Ein Freund der beiden empfiehlt ihnen die Hausverwaltung und Energieberatung Gerhard Holzapfel. Im Hand und Drehn hat die Hausverwaltung und Energieberatung Gerhard Holzapfel alle ihre Probleme und die des gesamten Hauses gelöst. Nun sind alle glücklich. Die Hausverwaltung und Energieberatung Gerhard Holzapfel überzeugt durch sorgfältige und zuverlässige Problemlösung, Top-Erreichbarkeit, Dank 24 Stunden Rückrufspolitik, langjährige Erfahrung in der Hausverwaltung und darüber hinaus mit Expertise in der Energieberatung. Machen Sie es so wie Peter und Lisa und lassen Sie sich von der Hausverwaltung und Energieberatung Gerhard Holzapfel in einem Vorgespräch beraten. Hausverwaltung und Energieberatung Gerhard Holzapfel. Wir kümmern uns.